Ja hallo Leute ich bin's wieder euer Masterkiller. Wir spielen heute wieder Escape from Tarkov und machen die Task von Skir und zwar Chemical Part 3 In der Quest muss man in die Factory. Da hat es oben in den Büros das eine Büro wo man die Türe brechen muss. Da hat es diese Syringe oder wie das heißt Quasi wie so ein Morphin Teil sieht das aus. Muss man da holen. Und dann Handover to Skir. Deswegen natürlich auch wieder wichtig in der Factory dann den Raid Leben zu verlassen mit dem Teil So hier sind wir jetzt in der Factory. Ich mache das bei solchen Missionen eigentlich ganz gerne Kamikaze mäßig. Kurz ein Headstring. Wundert euch bitte nicht wenn ich gleich in das Büro reinlaufe und euch zeigt wo der Gegenstand ist. Da ist es nicht da. Da ist nämlich beim Aufnehmen irgendwas schief gelaufen. Ich habe das jetzt hier quasi mal nachgestellt. Also hier in diesem schwarzen Viereck neben den blauen Teilen da ist es normalerweise drin. Und dann wenn ihr das aufgenommen habt müsst ihr eben die Factory normalerweise noch lebend verlassen. In dem Fall hat es jetzt leider nicht geklappt weil ich eigentlich genau dem hier in die Arme laufe. Ja so sieht es aus. Aber wie gesagt sonst bitte die Factory lebend verlassen und ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Quest. Bis dann. Ciao.